hey leute der lachende max hier heute mal mit einem anderen video als sonst und zwar einem kleinen tutorial zum thema wie kann ich von das zwei missionen oder kampagnen missionen von das shadow magic spielen ich wurde jetzt gerade vor kurzem das nochmal gefragt das ist jetzt das zweite dritte mal dass das gefragt wurde habe ich jetzt immer mit relativ langen texten beantwortet so dass ich mir dachte mache es so einfach ein kleines video dann kann ich immer darauf verweisen dann haben wir das was benötigt ihr benötigt edge of windows 2 installiert nur temporär wenn ihr das wirklich wollt könnt es dann auch wieder die installieren und edge of windows shadow magic was wir am ende machen ist dass wir edge of windows shadow magic hier das startexe über listen die alten missionen einfach zu starten dann haben wir das edge of windows shadow magic rule set für die alten missionen genau wie geht es also ich habe hier die directories die ordner end of windows 2 interessant ist dort der ordner szenario in diesem sind neben dem custom kamper szenarien die es so gibt also dieser wenn ihr ein szenario spielen wollt auch alle kampagnen missionen in einem anderen speicher format als die normalen szenarien die man jetzt mit dem editor auch öffnen kann mit dem karten editor das ist ahm hier ist es a2c edge of windows 2 campaign genau und ich möchte das dann durchspielen gleich für das beispiel der ersten voll mission wo man gegen jaka zum beispiel oder gegen jaka antritt genau dann öffnen wir quasi edge of windows shadow magic ordner der sieht erstmal von der struktur her ähnlich aus und wir sind auch wieder im ordner szenario wenn ihr den öffnet werdet ihr diese beiden ordner nicht haben ich habe in einem weil ich das schon vorher gemacht habe mal die ganzen kampagnen von edge of windows 2 schon rüber kopiert und hier habe ich was sie auch machen solltet ein safe gemacht quasi die kampagnen von shadow magic allemal sichern weil die werden wir jetzt überschreiben und wenn ihr die originale dann nicht habt müsstet ihr neu installieren und das ist ja blöd weil das ist zeitaufwendig also wir sind jetzt in der kampagnen ordner von edge of shadow magic und kopieren hier die gewünschten drei mission aus also es gibt auch eine luft tot erde was auch immer machen ist jetzt für die ersten kopieren die einfach hier rüber und werden jetzt umbenennen zu den drei julia mission dafür müssen wir die erst mal löschen lässt daher das backup die wollen wir wirklich löschen und benennen jetzt im endeffekt einfach um julia 1 julia 2 und julia 3 das hat zur folge dass wenn wir jetzt schon von das shadow magic starten und die julia mission auswählen dass er diese datei eröffnet die aber eigentlich die feuer mission ist das hat noch so einen kleinen nebeneffekt jemals gleich sehen werden aber machen wir das einfach mal bestatten jetzt manche von der schädel magic und da bei mir ein bisschen weil ich die cd version noch ab und ja diese idee ist mittlerweile bis in die jahre kommen aber solange sie noch funktioniert ist alles gut ich muss kurz mal was trinken habe kratzen im hals super drei minuten video kurz unterbrechen genau also wir haben jetzt zumindest das hätte mädchen gestartet mit dem hier steht zwar patch 1.4 ist aber der patch 1.5 und gehen jetzt zur kampagne starten die shadow magic kampagne und ich nehme da julias erste mission die beschreibung hier hat sich nichts geändert auch dieses intro video ist noch unverändert aber jetzt in diesem forscher bildschirm sehen wir plötzlich dass wir merlin haben und das start folgt der menschen haben was wir bei der no word mission nicht haben ich mache kurz über klassische einstellungen genau und was wir noch sehen das ist so ein kleiner nebeneffekt weil die das sphären modus quasi müssen geändert haben also im original gibt es noch der kosmos ist ein bisschen anders definiert deswegen sind die hier nicht definiert das hätte zur folge wenn wir jetzt starten dass wir nur die allgemein kosmos zauber lernen können also zauber diener beschwören und sowas also aber keine aus irgendeiner sphäre das heißt wir müssen kurz gestalten können jede beliebige sphäre wählen ich bleibe jetzt mal dem thema treu und nimmt die feuers wäre ein bisschen an der feuer mission lasst es auch bei medium und starte jetzt ja ich bin merlin und was sehen wir wir sind jetzt hier in der ersten voll mission wo wir diese niederkommen städte haben bekommen auch direkt nachricht von jaka in englisch also die deutsche übersetzung wird nicht mitgenommen auch von gabriel alles gut und dann könnten wir einfach direkt los starten wie wir es auch gemacht haben in dem let's play neben ein paar leute an und jahren hier wir haben dann die erste stadt und so weiter also ihr seht worauf das hinausläuft ich müsste jetzt die mission normal durchspielen jaka besiegen und wenn ich ihn dann besiegt habe und gewonnen habe kann ich dann einfach julias zweite mission starten also geht es mal hier auf beenden über das zweite mission wird dann sichtbar sobald ich die erste abgeschlossen habe und da war mir die julia 2 auch überschrieben haben haben wir dann die feuer zwei missionen und da übernehmen wir auch wirklich alle helden und zauber wie man es gewohnt sind von der kampagne und dasselbe dann für feuer 3 wenn ich jetzt wasser dann als nächstes spielen wollen würde müsste ich dann quasi genauso vorgehen müsste jetzt hier die julia mission also man kann das auch mit diesen normaten müssen machen aber die julia mission müsste ich dann die wasser dinge rüber kopieren und überschreiben und das würde dann genauso gehen müsste ich dafür jedes halt neu machen was hat das noch für effekte oder was kann da noch was ist mir aufgefallen manche nachrichten beziehungsweise siegbedingungen werden nicht übernommen ich glaube bei leben eins da habe ich auch bei meinem letzten ziemlich lange dran gebraucht weil ich alle besiegt habe muss man glaube ich nicht alle besiegen also ich bin mir nicht mehr sicher wie es ist und in der allerletzten mission bekommt man eigentlich unterstützung von helden die man in diesen in einer dieser vorhergehenden mission genutzt hatte oder in den stärksten glaube ich das funktioniert natürlich nicht weil mir immer neue die mission starten und das spiel dass ich nicht merken kann also oder irgendwie das rein kopieren kann die helden die wir hatten das heißt letzte mission wird ein bisschen schwer hat das ist auch der grund warum ich bei meinem echte von das zwei let's play da so lange gebraucht habe gut gibt es noch irgendwas was ich dazu sagen wollte genau sind wenn wir das so wie ich macht dass sie die ätter von das zwei kampagnen einfach mal hier rüber kopiert dann könnt ihr auch direkt von das zwei würde deinstallieren wenn ihr es nicht spielen wollte also ich denke das jetzt gleich wieder und hätte dann hier einfach alle mission direkt an der hand genau das ist eigentlich auch schon das kurze tutorial video vergesst nicht das backup zu machen genau gut ich hoffe es war informativ und hilft euch wenn ihr das so machen wollt wie ich das gemacht habe hat immer ein paar nebeneffekte jetzt gerade bei dem und offiziellen patch 1.5 gab es ein paar geschichten mit den helden oder sowas die nicht so musik so gedacht sind aber wenigstens das bessere ruleset von shadow magic hat es besser also gibt es ein paar unterschiede genau was ich euch empfehlen würde wäre auf jeden fall den patch 1.4 der ist sehr gut und hat wenig bis keine bugs und funktioniert auch mit diesem kampagnen übertrag sehr gut patch 1.4 hat so ein paar nebeneffekte die eventuell ungewollt sind also müsst ihr euch dann selber überlegen ich würde euch den patch 1.4 eher ans herz legen gut ich schweife jetzt schon wieder ab wie es bei mir so ist vielen dank fürs zuschauen und genau bis zum nächsten mal ciao ciao